Muhahahahaha, willkommen meine Smart Home Jünger. Es ist wieder so weit, der Mond steht hoch und ein neues Home Assistant Update erhebt sich hier aus der Dunkelheit. Ich bin euer Gastgeber, der Vampir der Automatisierten und heute saugen wir nicht Blut, sondern die Bugs aus dem System. Also zieht die Rollos runter und dimmt das Licht auf Gruselstufe 3 und lasst uns hinabsteigen in die düsteren Tiefen der Release Notes. Der Smart Home Wahnsinnig hier vorne ist der Ur. Willkommen beim YouTube Kanal Smartzeug. Wenn ihr nicht verflucht werden wollt, dann abonniert den Kanal, ansonsten Film ab. Kurzer Hinweis, damit ihr keine Albträume bei diesem Release bekommt. Ihr könnt jetzt schon natürlich die Beta herunterladen, aber wartet am besten bis der echte Release draußen ist. Am besten noch bis ein Punkt 2 oder Punkt 3 dahinter ist. Dann ist es auf jeden Fall stabil und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein in die erste Neuerung hier vom Home Assistant Release. Und dazu springen wir einmal ins Energiedashboard. Denn wenn wir hier einmal runterscrollen, haben wir hier die erste Neuerung. Denn bei der PV-Erzeugung sehen wir jetzt hier die Gesamterzeugnis entweder hier als Beispiel von einem Monat oder wenn wir einen Tag nehmen, dann auch von einem Tag. Das ist jetzt ein neues Feld, das hier hinzugefügt wurde. Aber das ist noch nicht alles. Wenn wir weiter runterscrollen, dann haben wir jetzt hier die Option, bei Gesamtverbrauch Einzelgeräte den Diagrammtyp zu ändern und bekommen dann hier einen Kuchendiagramm, wo ich dann nochmal eure Daten anschauen kann. Und selbstverständlich skaliert es hier, je nachdem welchen Filter ihr nutzt, hoch oder runter. Fans von Automatisierung kommen mit diesem Release wieder maximal auf ihre Kosten, denn es wurde wieder im Bereich der Automatisierung einiges in meinen Augen zum Positiven verändert. Zum einen gibt es nun ein neues Pop-Up Fenster und das Charmante kommt erst jetzt. Wenn ich dann auf einen Eintrag hier drauf klicke, dann sehe ich, welche Möglichkeit mir dieser Eintrag dann bietet. Das Ganze natürlich analog bei den anderen Einträgen hier auch. Das ist wirklich ziemlich cool. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal in Ruhe anschauen. Selbiges gilt natürlich hier, zum Beispiel bei den Bedingungen. Dort haben wir das Ganze auch nur mit anderen Einträgen. Und wie ihr sehen könnt, ist dann hier auch der Bereich Bausteine, welche ich dann hier bei den Bedingungen nutzen kann. Und wenn wir runtergehen zu Aktien hinzufügen, haben wir hier natürlich, je nachdem welche Integrationen und so weiter Add-ons hier nutzt, dementsprechend eine Riesenauswahl, was ihr hier tätigen könnt. Und wenn wir hier zum Beispiel Leuchte auswählen, dann sehen wir, was wir hier mit Leuchten anstellen können. Und rechts davon haben wir die Bausteine und natürlich, weil wir hier im Triggerbereich sind, haben wir hier eine deutlich größere Auswahl an Bausteinen. Das Ganze ist nur kosmetischer Natur, ganz wichtig. Es ist nur, die Darstellung wurde hier angepasst, die Logik dahinter nicht. Deshalb, da braucht ihr jetzt nicht ins Schwitzen kommen. Und bevor die Frage kommt, natürlich haben wir diese Neuerung auch bei den Skripten mit dem Pop-Up. Und könnt dann hier das Ganze euch anschauen und selbstverständlich auch mit dem Bereich der Bausteine hier bei den Skripten. Wenn dir das bisherige Video geholfen hat, gefallen hat, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn ich jetzt nach einem Like und einem Abo frage? Sonst schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare Fragen zum Video, Wünsche, Anregungen, Kritik. Ich tausche mich gerne mit euch aus, um hier neue Sichtweisen zu erhalten. Und das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Video. Zum anderen wurde im Bereich der Automatisierung die Auswahl der Entitäten und Geräte verändert. Wenn wir jetzt beispielhaft mal eine Leuchte nehmen, hier eine Leuchte einschalten, dann sehen wir, hat sich hier vorher stand dort Geräte, Label, Entität. Jetzt haben wir hier Ziel hinzufügen. Wenn wir hier einmal draufdrücken, bekommen wir jetzt hier die Möglichkeit, Entitäten hier zu filtern. Wir können aber hier komplett nach Geräten filtern, können auch nach Bereichen filtern und natürlich nach Label. Und wenn wir mal so einen Bereich nehmen, wir nehmen mal Obergeschoss direkt, dann haben wir hier unser Obergeschoss mit 17 Entitäten. Und wenn ich jetzt hier draufdrücke, dann erscheint hier ein neuer Pop-Up. Und in diesem Pop-Up sehen wir dann, welche Entitäten über welche Integration hier mit dieser Automatisierung dann angesprochen werden. Das hilft nochmal, das Ganze hier logisch in seinen Gedanken nachzuvollziehen und zu verfolgen und hier die richtigen Entscheidungen in der Automation zu treffen. Wenn wir das Ganze jetzt mal als Gerät nehmen, nehmen wir SD-Stehleuchte, dann haben wir hier eine Entität, dann wird das Ganze so dargestellt, über die Integration Shelly dann eine Leuchte. Das war jetzt beispielhaft, bei Leuchte und bei Schalter und bei allen anderen Bereichen, wo ihr etwas auswählen müsst, habt ihr nun hier diese Übersicht und könnt dann hier nach Entitäten, Geräte, Bereiche, Label das Ganze dann filtern. Ein paar Releases zuvor haben wir hier das Zuhause-Dashboard bekommen und dieses wurde nun hier überarbeitet. Vor dem Release waren die bevorzugten Geräte, die ihr hier oben mit dem Bleistift-Symbol verändern könnt und die Geräte und Entitäten, die ihr über den Tag über oft genutzt habt, in zwei unterschiedliche Bereiche aufgegliedert. Jetzt hat man diese beiden Bereiche einfach zusammengeschmolzen und zu einem Bereich hier eingegossen. One more thing, würde Steve Jobs sagen, denn das ist noch nicht alles. Wie ihr sehen könnt, die Bereiche wurden nun aufgegliedert zwischen Obergeschoss und Erdgeschoss, bei euch dann je nachdem, welche Geschosse ihr habt. Wie immer gilt Shit-in, Shit-out. Wenn ihr das Ganze nicht gut gepflegt habt, dann sieht das eher bescheiden aus, aber wenn es gut gepflegt ist, dann könnt ihr auch hier eure Bereiche wiederfinden und könnt dann dorthin abspringen. Außerdem gibt es nun eine weitere Möglichkeit, in diese drei Bereiche einzutauchen. Dazu geht ihr zu den Dashboards und habt dann hier einmal Beleuchtung, Sicherheit und Klimatisierung. Eine weitere Verbesserung ist hier, wie die Namen eurer Geräte im System dargestellt werden. Wenn wir jetzt beispielhaft in diese Kachelkarte reingehen, ganz wichtig, diese Erweiterung ist nicht nur für die Kachelkarten, sondern überall, wo ihr hier Namen verändern könnt, dann habt ihr jetzt nun die Möglichkeit, über verschiedene Arten den Namen dieses Gerätes hier darzustellen. Beispielhaft bei mir heißt dieses Gerät Büro-Deckenleuchte, weil das einfach mein Name-Convention ist. Ich könnte aber auch einfach nur das hier auswählen. Dann würde ich nur den Bereich sehen, könnte aber auch hier die Etage noch hinzufügen und natürlich ist ja besser, wenn die Etage vorne ist und nicht in der Mitte, kann dann hier, weil das Gerät Büro-Deckenleuchte heißt, dann das Gerät noch hier hinzufügen. Natürlich kann ich jetzt anfangen, das Gerät einfach nur Deckenleuchte zu benennen, denn mit diesem Update kann ich nun die Namen-Convention selber mir hier über die Daten des Systems zurechtlegen. Sobald ihr das neue Release installiert habt und dann eine Aufforderung bekommt, das nächste Home Assistant Release zu installieren, zum Beispiel 20.25.12, dann bekommt ihr zukünftig auch so einen Fortschrittsbalken und könnt dann nachvollziehen, wie lange euer Home Assistant noch hier bei der Installation braucht und dann abgeschlossen sein wird. Was wäre ein Home Assistant Update ohne neue Integrationen? Wir begrüßen deshalb hier Firefly 3, einen neuen Wetterdienst aus Litauen, Meteo.lt. Dazu gekommen ist auch Lunatone. Darüber freue ich mich persönlich riesig, denn Nintendo Switch Pertal Control ist jetzt eine native Integration und nicht mehr aus dem Hex heraus. Hinzugekommen ist auch Actron Air. Freundinnen und Freunde von Beleuchtung werden sich über OpenRGB freuen. Freuen dürfen wir uns auch über die neue Integration iNELTS. Fing ist nun auch mit dabei als native Integration. Und last but not least ist Dalish Center nun als Integration verfügbar. Auch bestehende Integrationen wurden mit diesem Release verbessert und die Liste ist diesmal besonders lang. Deshalb scrolle ich hier ganz langsam durch, dass ihr einen Überblick hier erhaltet, was alles denn so verbessert wurde. Und ihr könnt dann bei dem einen oder anderen Punkt kurz Stop drücken und euch dann den Eintrag durchlesen, so dass ihr das Ganze dann hier auch mitnehmt. Jetzt kommt die Liste der Backward-Incompatible Changes. Und Freundinnen und Freunde, es ist diesmal besonders lang. Ich scrolle hier einmal durch und wenn etwas dabei ist, was hier für euch zutrifft, dann kommt ihr in dieses Dokument, klappt das Ganze auf, lest euch das in aller Ruhe durch. Ich packe euch den Link für dieses Dokument unten in die Beschreibungsbox. Dann müsst ihr das nicht selber raussuchen und könnt dann direkt nach diesem Video hier abspringen und euch das Ganze dann in aller Ruhe durchlesen. Und wie ihr sehen könnt, es hört immer noch nicht auf, aber ich glaube, gleich haben wir es geschafft. An dieser Stelle wie immer der Aufruf, Teil der Home Assistant Community zu werden. Ihr könnt hier die offiziellen Discord-Server und die offiziellen Home Assistant-Forum nehmen. Dort wird aber hauptsächlich auf Englisch gesprochen. Wir haben aber ein eigenes deutschsprachiges Forum gegründet. Das ist die community-smarthome.com und dafür spiele ich jetzt gleich ein Einspieler ab und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch heute noch für dieses Forum registriert. Wir freuen uns auf euch. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch App-Support unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Und wenn ihr alle Veränderungen im System penibel euch durchlesen möchtet, auch den Link zum Full-Change-Log packe ich euch unten in die Videobeschreibungsbox. Dann könnt ihr hier reingehen und euch das Ganze in aller Detailverliebtheit anschauen. Somit wären wir durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Outro. Meine Smart Home-Jünger, der Sonnenaufgang naht. Also lasst uns hier ein Fazit ziehen zu diesem Release. Also Spaß beiseite. Persönlich finde ich es cool, dass die Automatisierung nochmal in meinen Augen verbessert wurde. Wichtiger Hinweis für euch, das war noch nicht alles. Im nächsten Release wird das noch einmal angepasst. Das steht in den Release Notes drauf. Deshalb abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Update-Video nicht verpasst. Und dann werde ich euch präsentieren, was dann die Entwickler und Entwickler im Automatisierungsbereich dann hier weiter verbessert haben. Aber jetzt seid ihr gefragt, wie fandet ihr hier dieses Release, dieses Update? Packt mir eure Meinung. Gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Und vielleicht auch die Entwicklerinnen und Entwickler von Home Assistant. Wenn euch das Ganze gefallen hat, geholfen hat, es tut nicht weh, kostet kein Geld. Einfach ein Like da lassen und gerne teilen. Ansonsten, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet euch das nächste Mal wieder ein. Bleibt euch gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.